Musik Wenn du in der Apotheke Kinderhustensaft bestellst, dann verrät ein Blick auf die Packung oft, dass dieser um die 5-7% Alkohol enthält. Ich habe hier eine natürliche Alternative für leichte Erkältungserkrankungen. Um sicher zu gehen, haltet trotzdem lieber Rücksprache mit eurem Arzt oder Apotheker. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020